Unter dem Begriff Strukturformel werden die verschiedenen Arten der Darstellung von Molekülen zusammengefasst. Darunter fallen die Elektron- bzw. Lewis-Formel, die Valenzstrichformel und die Skelettformel von Molekülen. Abhängig davon, wie detailliert du das Molekül beschreiben möchtest, wählst du eine entsprechende Darstellungsform. Hier entwickeln wir zunächst die Elektron- bzw. Lewis-Formel und dann daraus die Valenzstrichformel. Die Aufgabe lautet daher, stelle die Strukturformeln von Chlorwasserstoff und Schwefelsäure auf. Um die Lewis-Formel eines Moleküls aufzustellen, benötigst du die Außen- bzw. Valenzelektronen der einzelnen Atome, aus denen das Molekül besteht. Diese werden als Punkte um das Elementsymbol herum eingezeichnet. Wasserstoff steht in der ersten Hauptgruppe des Periodensystems und besitzt also genau ein Valenzelektron. Chlor hingegen, als Mitglied der siebten Hauptgruppe, besitzt sieben Valenzelektronen. Beim korrekten Einzeichnen der Valenzelektronen notiert man zunächst an jeder Seite 1, ehe man anfängt, jedes weitere zu einem bereits vorhandenen zu schreiben. Dadurch entstehen sogenannte Elektronenpaare, von denen bei maximal 8 Valenzelektronen auch nur 4 pro Atom vorhanden sein können. Chlor besitzt mit 7 Valenzelektronen demnach 3 Elektronenpaare und ein freies Elektron. Ein Elektronenpaar kann man dabei ebenso als Strich darstellen. Dann sieht das Ganze wie folgt aus. Da Wasserstoff ja nur ein Elektron besitzt, ändert sich an der Darstellung nichts. Chlor hingegen hat nun drei Elektronenpaare und ein ungepaartes Valenzelektron auf seiner äußersten Schale. Man sagt, es besitzt drei freie Elektronenpaare. Im zweiten Schritt geht es darum, die Bindungselektronen der Verbindung einzuzeichnen. Atome verbinden sich möglichst so, dass sie jeweils die Edelgaskonfiguration erlangen. Um dies zu erreichen, gehen Nichtmetallatome wie Wasserstoff und Chlor kovalente Bindungen ein. Dabei entstehen ein oder mehrere bindende Elektronenpaare, die sich zwischen den Atomen anordnen. Wasserstoff sowie auch Chlor benötigen nur ein weiteres Elektron, um ihre äußerste Schale komplett zu füllen. Daher stellt eine einfache kovalente Verbindung beide Atome zufrieden. Das Bindungselektronenpaar zeichnet man dabei ebenfalls als Strich zwischen den beiden Elementsymbolen ein. Damit ist die Valenzstrichformel für Chlorwasserstoff auch schon fertig. Um nun die Strukturformel von Schwefelsäure, also H2SO4, aufzustellen, kannst du zunächst genauso wie zuvor beim Chlorwasserstoff vorgehen. Beginne also am besten wieder mit den Valenzelektronen. Nun musst du im zweiten Schritt wieder versuchen, die Atome so miteinander zu verknüpfen, dass die Edelgaskonfigurationen möglichst erreicht werden. Im Fall von Schwefelsäure ist das schon etwas schwieriger als beim Chlorwasserstoff. Beginnen solltest du hier mit dem Zentralatom der Verbindung. In unserem Fall ist das Schwefel, da Schwefel mehr Bindungen eingehen kann als Wasserstoff und Sauerstoff. Das liegt daran, dass Wasserstoff in der ersten Periode steht und nur ein Elektronenpaar in seiner Valenzschale, der K-Schale, unterbringen kann. Sauerstoff steht in der zweiten Periode und kann in seiner Valenzschale, der L-Schale, acht Elektronen unterbringen, also vier Elektronenpaare. Schwefel hingegen steht in der dritten Periode. In die M-Schale, die die Valenzschale des Schwefels ist, passen bereits 18 Elektronen, die Bindungen eingehen können. Alle sechs Außenelektronen des Schwefels können also Bindungen eingehen. Nun müssen die vier Sauerstoffatome an das zentrale Schwefelatom gebunden werden. Dafür besteht die Möglichkeit der einfachen kovalenten Bindung sowie der Doppelbindung. Beim Betrachten des Schwefels fällt auf, dass jeweils zwei Doppel- sowie einfache Bindungen möglich sind. So gehen alle einzelnen Elektronen sowie auch alle Elektronenpaare auf der äußersten Schale des Schwefels Bindungen mit Sauerstoff ein. Nun kannst du erkennen, dass bei den beiden Sauerstoffatomen, die per Doppelbindung an den zentralen Schwefel gebunden sind, jeweils zwei einzelne Elektronen übrig bleiben. Diese kannst du nun zu einem Elektronenpaar zusammenfassen. Die beiden Sauerstoffmoleküle, die einfach an das zentrale Schwefelatom gebunden sind, haben nun jeweils noch ein weiteres freies, also ungepaartes Elektronen, um Bindungen mit den zwei Wasserstoffatomen einzugehen. Diese können also im nächsten Schritt besetzt werden. Da das Molekül mit allen Elektronen nun etwas unübersichtlich aussieht, empfiehlt es sich jeweils ein Elektronenpaar als Strich zu schreiben. Ersetzt du nun also alle freien und bindenden Elektronenpaare, so sieht die Strukturformel so aus. Hier siehst du nochmal die Strukturformeln für Chlorwasserstoff und Schwefelsäure. Hi! Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und dass wir dir weiterhelfen konnten. Wenn du jetzt noch den Stoff richtig festigen willst, dann schau doch einfach mal auf LearnAttack.de vorbei. Dort findest du zu jedem unserer Videos passende interaktive Übungen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Und wenn du dann das Gelernte überprüfen willst, dann haben wir echte Klassenarbeiten von richtigen Lehrern für dich. Natürlich mitsamt der Musterlösung. Den Link findest du in der Beschreibung unter diesem Video. Also schau einfach mal vorbei auf LearnAttack.de.